Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 30.200 US-Dollar. Wenig Veränderung. Wir hatten gestern einen kleinen Pump nach oben. Dann sind wir abverkauft worden. Dann wieder ein Pump und dann sind wir abverkauft worden. Wie geht's jetzt weiter? Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Ansonsten, wie gesagt, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, klickt auf die Glocke. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 30.200 US-Dollar. Wir gehen mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart. Beginn zumindest dort einmal. Da sieht man es ganz gut. Also wir hatten gestern unsere Pump-Phase. Kleineren Abverkauf gehabt. Und dann über Nacht einfach wieder dieser Abverkauf. War aber relativ klar. Wie gesagt, ich habe gestern schon gesagt, das Volumen war jetzt nicht wirklich ganz gut. So ein weiterer Abverkauf wäre ganz gut. Einerseits, um die zwei CME-Gaps zu füllen. Eins war, glaube ich, bei 29.500 US-Dollar. Das wurde auf jeden Fall gefüllt. Das andere ist noch offenbar 28.800 US-Dollar. Darauf schiele ich momentan ein bisschen heiß für uns. Ich bin weiterhin dafür, dass wir hier erstmal nochmal runtergehen in Regionen von 28.800 US-Dollar. Um vielleicht möglicherweise nochmal eine kleine Bullische Divergenz zu bilden. Und von hier aus vielleicht noch einen kleinen doppelten Boden. Um dann nach oben hin auszubrechen. Die 4-Stunden-Bullish-Divergence, die wir gestern angesprochen haben, hat hier auf jeden Fall ausgespielt. Wo ist das? Ah, da. So, Aeros Eye. Die hat mittlerweile dann ausgespielt. Wir hatten dann unseren Pump. Hat alles wunderschön geklappt. Sondern aber um 2-Nahe da EMA rejected worden. Also kein höheres Hoch. Haben wieder ein tieferes Tief, sag ich mal, in dieser Range jetzt, sag ich mal, gebildet. Trotzdem übergeordnet. Hat sich einfach nichts getan. Ihr seht, die Range, die gilt weiterhin. Wir haben jetzt zwar hier ein tieferes Tief, tieferes Hoch gebildet. Trotzdem hat sich fundamental nichts geändert. Es hat sich an der übergeordneten Situation nichts geändert. Wir sind einfach momentan in der Seitwärtsphase. Das Einzige, was wir da drin machen können, ist diese Range zu trainen. Deswegen war ich gestern mal ganz kurz short da oben. Sorry, ich habe es gestern nicht mehr geschafft, es noch in die Gruppe zu pausen. Das war eine ganz schnelle Entscheidung aufgrund der 6-Stunden-Supply-Zone, die hier oben noch drin war. Trade aber mittlerweile wieder zu. Das war einfach nur rein und raus. Schnelle Skalpen im Endeffekt. Aber gut, neue Chancen kommen. Wie gesagt, ich schiele jetzt momentan hier unten auf diesen Bereich 28.8, wo ich eine potenzielle neue Long-Position dann auf jeden Fall aufbauen könnte oder zumindest mir vorstellen könnte, um dann möglicherweise hier in Richtung 40.000 US-Dollar vorzustoßen. Also ich bin weiterhin davon, dass wir erstmal noch ein bisschen höher gehen, Richtung mindestens 34.000, 35.000 US-Dollar. Von hier aus vielleicht dann wirklich die 39.000, 40.000 anlaufen und dann übergeordnet nochmal so einen kleineren, in Anführungszeichen, Crash oder kleinen Damp-Szenen-Korrektur, wie man es auch nennen mag, Richtung 24.000, 25.000 US-Dollar. Einfach aufgrund dessen, weil hier unten eine Menge Liquidität ist. Man kann dazu sagen, okay, Corona-Damp wurde auch nicht so aufgefüllt. Trotzdem kann man, finde ich, die Situation nicht vergleichen. Corona-Damp war Black Swan-Event, das war jetzt im Endeffekt komplett eine Korrektur, Bärenmarkt etc. pp. Deswegen, ich bin weiterhin dafür, okay, die Orders hier unten werden noch abgeholt. Deswegen bleiben die auch hier unten drin. Geld beiseite, US-DT beiseite, um dann einen möglichen Dip zu kaufen. Ansonsten ist momentan einfach das Beste. Mehr gibt es eigentlich wenig zu sagen. Wir müssen die Range nach oben hin verlassen. Zumindest mal ein Daily Close möchte ich mindestens darüber sehen, mit einer Bestätigung möglicherweise, um dann einen kleinen Abtrend zu bilden. Weil nach Abtrend sieht es momentan einfach nicht aus. Volumenschwach, kein wirkliches Kaufinteresse, keine News, die jetzt wirklich rausgekommen sind. Es soll jetzt über ein neues Gesetz über Kryptowährungen abgestimmt werden. USA, glaube ich, Gesetzentwurf steht schon. Dass das alles ein bisschen stärker reguliert werden soll. Müssen wir dann mal schauen, was das noch für Auswirkungen hat. Ich glaube, es soll diese Woche oder nächste Woche. Keine Ahnung, schreibt es unten gerne mal in die Kommentare. Ansonsten hat sich wenig geändert. So, Ethereum, gleiches Spiel auch hier. Bullish Divergence im 4-Stunden-Chart gehabt. Schön ausgespielt nach oben in unsere Widerstandszone. Von hier aus ging es dann wieder bergab. Also, wie ihr seht, auch hier wenig Änderung. Downtrend ist weiterhin ersichtlich. Bullish Divergence hat ausgespielt. Jetzt müssen wir wieder nach neuen Pattern im Endeffekt gucken. Oder nach neuen Divergenzen. Aber diese 4 oder was war es denn? 3 Stunden haben wir gestern, glaube ich, angesprochen. Ja, 3 Stunden Supply-Zone hier. Wurde rejected. Jetzt wieder abverkauft. Also, wir brauchen hier wirklich neue Impulse. Wir müssen bei Ethereum hier mindestens vom jetzigen Stand aus über die 1.930 US-Dollar kommen. Von hier aus wenigstens auch ein Daily Close drüber. Schöne Bestätigung und dann einen wirklichen Abtrend bilden. Ansonsten sieht es hier wirklich schlecht aus momentan. Auch der Altcoin-Markt an sich. Cardano hält sich meines Erachtens auch relativ gut dafür. Also, anscheinend die Wale akkumulieren auch ordentlich bei Cardano. Trotzdem, ich betreibe hier auch weiterhin DCA. Ich gehe hier momentan in keinen Trade rein. Altcoins sind für mich sowas von uninteressant momentan. Auch wenn wir hier so einen kleinen Trend vielleicht erkennbar haben. Aber ganz ehrlich, darauf würde ich mich nicht verlassen. Altcoins traden momentan. No-Go bei mir. Ansonsten, Bitcoin-Dominance können wir uns nochmal angucken. Die konsolidiert da oben in den 47er-Bereich. Das lassen wir auf jeden Fall mal hier drin. Kann ich mir weiterhin vorstellen, dass wir nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Irgendwann von der Bitcoin-Dominance. Aber umso höher die Bitcoin-Dominance natürlich steigt. Desto schlechter ist es für die Altcoins, weil einfach umgeschichtet wird. Geld von den Altcoins fließt einfach in Bitcoin rein. Vielleicht gar nicht so schlecht. Viele Projekte verschwinden vom Markt. Finde ich auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber gut, schauen wir mal, was so die Zeit bringt. Schauen wir mal ganz kurz in Luna rein. Oh, Luna ist schon mit der Sau down. Ganz ehrlich. Also Leute, das ist echt nur Zockerei, was hier betrieben wird. Das Projekt ist meines Erachtens komplett tot. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht lassen wir uns nochmal überraschen. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns noch ganz kurz die News an. Binance wegen illegalen BNB-ICO unter SEC-Beschuss. Ja, Binance laufen glaube ich mehrere Verfahren. Aber hauptsächlich wegen BNB. Wollen aber jetzt wiederum Lizenz in Deutschland wiederum in Angriff nehmen. Also könnte interessant werden, was da jetzt noch so früher oder später kommt. Vielleicht wird ja irgendwann mal wieder Trading bei Binance freigeschalten. War einer der besten Webseiten, wie ich fand. Beziehungsweise Apps. Zumindest geht es in Deutschland nicht. Und was haben wir noch? Bit, das habe ich mir gerade durchgelesen. Bit-Gesell-Coin. Dezentralität wird groß geschrieben. Gerade mal durchgelesen. Kopie meines Erachtens irgendwie von Bitcoin. Aber gut, ich weiß nicht, wer den Coin kennt. Schaut euch den Artikel gerne mal an. Werde ich euch auf jeden Fall später auch in die Telegram-Gruppen posten. Link von den Telegram-Gruppen unten in der Videobeschreibung, wenn ihr keine Trades, News oder sonstiges mehr verpassen wollt. Schaut gerne vorbei. Ansonsten ein kurzes, knackiges Update-Video. Ihr merkt, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich bin ein bisschen erkältet. Kommt vom Festival. Ja, gut. Ansonsten, wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder zu einem Update-Video. Ansonsten, schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Und dann wie immer. Ciao, ciao. Bis morgen. Stay Crypto.